Hallo Leute, Willkommen zurück zu Terraria mit dem Zombie und mir! Hallo! Alter, du kannst fliegen! I believe I can fuck! Wir kriegen ja nicht mal mehr Fallschaden, ne? Also bitte! Ah ja, stimmt! Geil! Oh, das ist so geil! Warte, ich werfe ein Stück hinter dir! Ah! Oh! Stirb! Stirb! Ich hab blaue! Hui, wo ist denn da der Unterschied? Die blauen bleiben kleben. Oh, toll! Ha! Fällt durch! Ist, glaub ich, durchgefallen. Mal gucken! Ah, schade! Nicht so knapp wie beim letzten Mal! Ich glaub, das geht auch gar nicht mehr knapper! Ist sicher ein Fallschaden! Ja! Wär trotzdem cool gewesen! Das war ja echt so knapp, ey! Was wollen wir denn heute tun, lieber German Let's Play? Außer Labe auf mich zuschauen! Wir wollten irgendwie was holen für dich, ne Waffe! Richtig! Wir wollen 150 Hellstone! Pokémon! Ja, das ist mein Ziel! Was? 150 Hellstone! Äh, 140 Hellstone wollen wir farmen! In dieser Folge zumindest! Oh! Willst du, ja? Ich brauch sowas nicht! Oh, das Wasser löst sich aus! Ich hab's wieder getriggert, dass es sich auflöst! Na toll! Neiii! Neiii! Was? Du machst Schluss! Neiii! 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 Sag dir etwas! Wer? Diese... Dingens eben! Was? Du machst Schluss! Neiii! Ja oder nein? Anscheinend nicht! Sagen wir nicht! Ne, dann muss ich dir nochmal schicken! Das ist so dumm! Das ist so dumm! Okay! Ich probiere jetzt ein bisschen Hellstone ab! Ich hab schon 20! Wir können die Folge gleich beenden! Jaaa! Okay Leute! Wir sehen uns dann beim nächsten Part! Alter! Penetriert mich nicht! Ja! Komm halt einfach in die Lava rein! Oh! Luft! 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 Oh! Warum baue ich mit Topsidian ab? Super Slumber Party! Da 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 da! Super Slumber Party! Ja! Jetzt werden alle danach suchen und dann werden alle schockiert sein was wir uns anschauen! Was du dir anschaust? Du hast ihn mir gesendet! Der Typ ist auch normalerweise irgendwie so ne Animator nur! Und im Privaten ist er total krank pervers! Richtig! Wieso gehst du nach oben? Ähm! Weil ich Angst hab! Warum haue ich die auch mit meiner... Egal! Mit deiner egal? Ja! Egal! Wett mal! Ich sterb hier gleich! Kann ich dir jetzt schon versprechen! Warum gehst du auch da runter? Keine Ahnung! Luft! Wegen der Akustik! Cool! So! Boah! Ich meine schon, dass wir die nächsten Jahre hier unten verbringen werden! Ah! Luft! Ha! Ja klar! Gut! Kein Problem! Ich weiß ja gar nicht! Ich hatte es ja mal ausgerechnet wie viel wir brauchen! Gesamt! Es waren auf jeden Fall glaube ich 2000 irgendwas! Das geht ja! Das ist ja! 2140 oder so! Ja wir haben aber ja schon die Spitzhacken jetzt zum Beispiel draus gemacht! Boah! Ich komme! Das hatten wir auch schon oft genug hier! Das hatten wir auch schon oft genug hier! In der Schule? Ja, puh. Oh, mein Freiland. Seitdem muss ich Flaschen einsammeln. Pfandflaschen? Ja. Stell ich mir auch toll vor, durch die Gegend zu wandeln, um Pfandflaschen einzusammeln. Da bist du immerhin draußen, Mann. Haha, mal in der frischen Luft. Oh oh. Willst du das etwa auch mal später machen? Boah, ich mach's doch täglich. So. Ich hab sogar schon Real-Life-Videos davon hochgeladen. Demnächst bei Germlitz-Button. Pfandflaschen Teil 1. Deswegen bist du nie on. Oh, da wär fast ne Puppe ins Ding ins Reingefallen in Lava. Ich wär grade nicht günstig an der Position, wo ich mich hätte befreien können. Ja, dat glaub ich dir. Muss einfach irgendwie versuchen aus der Hölle zu fliehen, wenn das passieren sollte. Kommt der denn auch hier runter in ne Lava? Ja. Ist das ne komplette Wand? Das ist ne komplette Wand in der Hölle. Ich glaub, die hat auch... Die hört oben auf. Aber ich glaub, man kommt nicht wirklich raus, weil die vorher ihre Tentakel da auswirft. Okay. Ich weiß es aber nicht. Ich hab die ja noch nicht so oft bekämpft. Boah, ja. Wollen wir dann ne grade Ebene in der Hölle machen oder wirklich einfach so mit weglaufen durch Klettern probieren? Einfach weglaufen. Da... Da... Da müssen wir eigentlich mal so... bisschen Mut zeigen. Ne, also ich... Ich fänd das schon cooler, wenn man einfach drauf los. Ja, fänd ich... Ich fänds auch viel cooler eben. Als meinen hier alle, dass die so unendlich schwer sein soll, dass man das nicht schafft. Tja, die Leute kennen uns... Wieso brenn ich? Die Leute kennen uns halt nicht. Wie AP hat ich? Oh Gott. Oh, ich glaub der Trank hört gleich auch auf. Ja. Psidian Skin. Boah. Halleluja. 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 Wie viel Stein hast du? Ich hab 124. Warte. Ich hab also schon fast genügend. Ich bräuchte nur 16. Ich habe... Äh, wo ist denn die Kacke? 48. Gut, Spiegel. Komm. Toll, ich hab grad einen neuen Trank eingeworfen. Ja, wir können noch mehr machen. Ne, ich bräuchte jetzt eben hier. Ich brauch deine. Ja, aber... Brauchen wir nicht sowieso noch mehr? Du hast ja mal gesagt, wir brauchen noch mehr. Ja, wir brauchen später mehr, natürlich. Aber hier, du hast doch gesagt, du willst eine kurze Folge haben. Ja. Damit sie pünktlich kommen. Damit wir die direkt hochladen können, Leute. Wir haben grad 16.48. Und um 8.00 Uhr kommt normalerweise die Folge, ja? Und... Und... Und bei meiner Leitung braucht dann 8 Stunden, bis es oben ist. Ja, komm mal zum... Wir wollen ja noch das Schwert machen, nämlich. Ja. Moment, Moment. Eben noch hier die Kacke abbauen. Sekunde. Kacke. Dauert nicht mehr lange. Bitte nicht schlagen, Zombie. Doch. Nicht schon wieder. Verprügel dich gleich. Oh, ja. Jetzt komm. Nur noch zwei. Nur noch zwei. So. Und jetzt. Weg. Wui. Jöwe. So. Dann müssen. Weißt du noch, wo wir ein Dämonen-Altar irgendwo haben? Nein. Gute müssen wir auch noch finden. So, 51 Barren. Wir brauchen 35. Wir haben ein bisschen zu viel, aber gut. Ich kann meine gerne wieder wegwerfen oder muss ich mal kürzer bei Skype annehmen. Da wurde mir mal zugeschickt. Das ist ganz wichtig. So, dann brauchen wir dich. Dich. Und dich. Das Schwert kann man auch noch hier. Jetzt geht er hoch. So. So viele schöne Sachen kann man craften. Aber wir wollen jetzt dieses Schwert. Hui. Hui. Bestimmt viel Schaden. So, jetzt müssen wir irgendwo hier rechts noch schnell einen Dämonenaltar suchen. Alter. Alter, Alter. Wir müssen einen Dämonenaltar finden. Hui. Ich kann fliegen. Oh, das wird man tot sein. Hier war sowieso irgendwo einer, oder? War nicht hier einer an der Oberfläche sowieso, oder so? Ich hab keine Ahnung. Da fragst du den falschen, Digga. Yes, hier stehen welche. So, und hier kann ich alle vier Schwerte. Lights, Bane, Maha Musa. Ja, dann macht er den nächsten Paar, damit die Leute das sehen. Blade of Grass und Fiery Greatsward kombinieren. Nö, ich mach das jetzt. Oh, das ist jetzt noch stärker. Das hat jetzt 43 Millidamage. Schauen wir mal. So. Meins macht's. Deins macht's. 21, meins macht's 34. 28. Ja. Bisschen klein, finde ich. Aber nur. Dafür macht's gut Schaden. Bisschen ja, bisher gewohnt. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. A, ha, ha, ha. Haben wir dann alles? Ja. Oder? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nix wissen. Nö. Wir haben noch 16 Barren. Daraus können wir, glaube ich, nichts craften, was wir wollen. Schauen wir mal. Äh, wir könnten Flamer Wing... Nö, brauchen wir nicht. Flamme ummerang. Nö. Trifft man sowieso nichts mit. Eben. Mach ich mir lieber später einen Phoenix Blaster. So, gut, dann war's, dass für diese Folge oben ist. Die Playlist, ne? Ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.